Ja, deswegen spiele ich zum Beispiel auch Sea of Thieves nicht gerne oder habe ich nicht gerne gespielt, weil es echt nervig wurde. So, ich denke mal hier kann ich was machen? Sollte ich was mitnehmen? Okay, das ist dann einfach nur damit ich besser bin oder wie? Ach, dann lassen wir das erstmal. Obwohl Fracht könnte... Ah, okay. Ja, dann holen wir uns die Full Experience. Also ich weiß jetzt gerade nicht was ich hier überhaupt zugestimmt habe, aber... Gucken wir doch mal. Ich starte das wieder komplett wie das normale Spiel oder... Ähm, ja. Das sieht ja schon mal cool aus. Okay, also habe ich jetzt eine Waschmaschine gekauft und muss jetzt gucken wie ich damit überlebe. Okay. 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 Ah, da ist das Räumschiff. 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 Okay, irgendwie konnte man doch auch craften. Ah. Ah, da ist das Räumschiff. Okay. Okay. Ah. Ah. Okay. Wie interessant. Wie viel man vergessen kann, wenn man... ewig und drei Tage nicht mehr gespielt hat. Ah, da ist das Räumschiff. Ah, da ist das Räumschiff. Okay. Okay. Ja. Also... Hilft bestimmt schon irgendwo. Okay. 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 zur Entdeckung Oh Das heißt, das habe ich jetzt einen Exus Das heißt, das habe ich jetzt Das heißt, das habe ich jetzt Ja, damals musstest du die einfach nur hin und her schieben Ach man Das heißt, das habe ich jetzt Okay, 40 die Das heißt, das habe ich jetzt Ah Schön Das heißt, das ist Okay, dann gehe ich jetzt auf die Suche nach Wasserstoffkristall Ah, zu rein Spannend Oh Und wie ist es, so ein vollen Noob zuzugucken, wie er das Spiel spielt Ich habe jetzt drei Jahre nicht gespielt Ja, wenn du Also, wirklich Es kommen so viele Spiele raus mit so unterschiedlichen Mechaniken Also das Das wundert mich nicht, dass man sehr viel nachdenken muss Ja, das ist das 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 Ui. So. Oh. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Okay. Wer auch immer dieses Schiff zuvor bewohnt hat, hat eine tiefe Präsenz hinterlassen. Ein Echo in der Maschine. Okay. 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 Das sieht so genial aus. Das gab es eigentlich nicht damals, als ich das das letzte Mal gespielt habe. Also so coole Schiffe. Das ist richtig genial. So wie war das mit X kann man die Kamera. Okay. 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 So schlimm war das auch nicht. Ach ich sollte vielleicht eine neue Welt auswählen oder? Okay. 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 Was ist denn hier ein anderer? Was ist das? Ist das ein anderer Planet? Ah, okay. Guck mal, da ist ein anderer Planet. Und... Und... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, welche andere Ansicht meintest du denn? Ah, okay. Hier hat sich ja nicht großartig viel geändert. Okay. 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 Oh, wie habe ich dieses kleine Haus entdeckt, aber nicht diesen riesen Frachter, der da rumliegt? Oh, wie ist das? Oh, wie ist das? Oh, wie ist das? Oh, wie ist das? Hauptschiff, HT, Erinnerung an die Schwerkraft, antworte nicht. Anfrage zerstört. Vorläufiger lokaler Kommandoposten erforderlich. Notfallwohnsystem aktivieren. Basisentwicklung beginn. Müssen wir das machen? Ah, okay. Dann geht's in die A. Okay. 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 Okay.